Wenn Galaxien zusammenstoßen und verschmelzen, ist das ein wirklich mehr als spektakuläres Ereignis. Die interstellaren Gaswolken prallen dabei mit voller Wucht aufeinander. Dabei werden Sterne innerhalb der beiden ursprünglichen Galaxien aus ihren Bahnen geschleudert und zudem entstehen massenhaft neue Sterne. Jetzt wurde eine wirklich beeindruckende Aufnahme einer solchen Galaxien-Kollision veröffentlicht, die einer Kamera des Hubble-Weltraumteleskops gelungen ist. Schaut also zu, wie zwei Galaxien miteinander verschmelzen und erfahrt, warum und wann genau solch ein Schicksal auch unserer Milchstraße droht, jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Schon 1784 wurde das verschmelzende Galaxienpaar namens NGC 6052 entdeckt und zwar von dem britischen Astronomen William Herschel. Konkret befindet sich das Galaxienpaar im Sternbild Herkules und ist rund 216 Millionen Lichtjahre entfernt. Doch die Form des Galaxienpaares ist verwirrend und führte Astronomie-Teams weltweit lange auf eine falsche Fährte. Deswegen gingen Fachleute lange davon aus, dass es sich bei NGC 6052 um eine einzelne Galaxie handelt. Erst später erkannte man dann, dass dies nicht der Fall ist und stattdessen zwei Galaxien miteinander verschmelzen. Der Wildfield-Kamera 3 des Hubble-Weltraumteleskops ist eine wirklich irre Aufnahme von diesem Ereignis gelungen. Solche Aufnahmen von kosmischen Crashs sind wirklich absoluter Hammer. Dennoch kann man die beiden stattfindenden Wechselwirkungen kaum erahnen. Wenn Galaxien kollidieren, beeinflusst dies in enormem Ausmaß die Entwicklung der beteiligten Galaxien. Das Gefüge der dünn verteilten interstellaren Materie wird durcheinandergebracht. Sie verwirbelt. Es bilden sich Wolken und Millionen an neuen Sternen entstehen. Die beteiligten Sterne selbst fliegen ungehindert aneinander vorbei und auch die Planetensysteme um sie herum werden nicht gestört. Dem weiten interstellaren Raum sei Dank. Die beiden Crash-Galaxien verändern durch eine Kollision dennoch ihre Erscheinung. Wenn zwei oder mehr Spiralgalaxien verschmelzen, entstehen beispielsweise sogenannte elliptische Galaxien. Durch Kollisionen von der Galaxien sind übrigens unsere Sonne und auch die Planeten entstanden. Und auch sehr spannend, unserem Milchstraßensystem steht wohl auch noch ein solches Ereignis bevor. Anfang des Jahres hatte ein britisches Forschungsteam diesen Galaxien-Crash genauer berechnet. Demnach wird unsere Heimatgalaxie in etwa 2,4 Milliarden Jahren mit der großen Magellanschen Wolke kollidieren. Das ist eine Zwerggalaxie, trotz des Namens, in nächster Nachbarschaft, die aus rund 15 Milliarden Sternen besteht. Sie umkreist unsere Heimatgalaxie in rund 163.999 Lichtjahren Entfernung und bewegt sich derzeit noch langsam von der Milchstraße weg. Die Simulation eines Supercomputers legt aber nahe, dass sich die Zwerggalaxie in Zukunft verlangsamen wird und sich wieder auf die Milchstraße zubewegt. Die Fachleute gehen davon aus, dass unser Sonnensystem bei diesem Crash aus einer Bahn geschleudert wird. Dazu einer der beteiligten Forscher Marius Coutoun. Während zwei Milliarden Jahren verglichen mit einem Menschenleben sehr lang sind, ist es nach kosmischen Maßstäben eine kurze Zeit. Und der Crash wird fatale Folgen haben. Das zentrale schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße wird aktiv und sich gigantische Mengen an Materie einverleiben. So könnte es auf die achtfache Masse anwachsen. Laut Marius Coutoun wird der Crash folgendermaßen enden. Dieses Phänomen wird mächtige Jets energiereicher Strahlung erzeugen, die knapp außerhalb des Schwarzen Lochs entspringen. Sterne könnten aus der Scheibe der Milchstraße ins Halo geschleudert werden. Also die kugelförmige Hülle um unsere Galaxie, die wiederum auf das Fünffache anwachsen würde. Ebenso ins Halo geschleudert würde dann wohl unser Sonnensystem. Doch ein kleiner Trost für das Leben auf der Erde. In dieser Zeit würde die Sonne sich bereits zu einem roten Riesenstern aufgebläht haben, sodass ein Leben auf der Erde so oder so unmöglich ist. Die 20 schönsten Galaxien, aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop und erläutert von Raumzeitvlog der Zukunft. Draufklicken, anschauen und abonnieren würde ich mal sagen. Bis dann, bleibt dran!